hey 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 gut dass ich dich eingeholt habe ich habe schon kommen wir wollen ja nicht auf der straße stehen ich habe ein angebot für dich also du siehst mir du siehst mir aus wie einer der gerne mal chillt wenn du wenn du verstehst was ich meine ich habe genau das richtige für dich zum chillen wärst du interessiert zehn gramm freundschaftspreis 2000 warum nicht warum nicht ich wusste du kannst es dir ja aufheben für ein anderes mal ist ja kein problem also dieses dieses angebot steht nicht sonst kostet es 800.000 pro zehn gramm 2000 für dich das musst du dir schon geben dieses angebot kriegst du nicht alle tage achte da ist ein neuer kunde willst du dass ich es ihm verkaufen was denn verkaufen nichts nichts gehen sie ruhig weiter okay tschüss schönen tag noch also was sagst du ja okay er ist weg ist weg sagst du ja oder nein ja mein handy geklaut ich wette da ruft gerade die polizei man die haben ein handy geklaut echt ja gut wenn du jetzt nicht antwortet dann gehe ich wie viel hat eine waffe gekostet der hat ja meinen namen nicht gesehen gell deswegen ich finde eine waffe gekostet 50.000 40 45 ne 40 ich glaube der hat wirklich die polizei gerufen ich hole 50.000 abheben hallo okay ich muss mir neue leute suchen bisher hat jeder nein gesagt bisher hat jeder nein gesagt ich muss eine neue taktik entwickeln das ist nicht gut man das ist nicht gut muss mir jetzt eine neue handy holen was kostet denn so ein handy weiß ich muss jetzt von bach das reicht schon ja ich muss darauf jetzt nicht mehr antworten ja das ist halt echt so ich laufe jetzt einfach auf der straße und deal mit drogen ich will auch ja mir so eine packung geklaut ich habe den so extra voll guten preis gemacht da ist ein blaues auto wahrscheinlich der von vorhin handy 800 kaufst du ein iphone oder was dann ist auch noch so beschissen oh hey hey das nimmst du jetzt zurück ist es wieder derselbe hallo hey hey hast du es dir überlegt warte warte ich laufe wieder vorbei du bist dir sicher mann also zu einem späteren zeitpunkt ja wann ist denn ein späterer zeitpunkt da ist glaube ich noch kein geld soll ich den 3000 geben damit der weiter was kaufen kann und dann mal schauen alles klar mann scheiße ja gut dann komm einfach zu mir du kennst mich du weißt wie ich aussehe ich bin der typ mit der sonnenbrille und dem hut ne wow ja also dann fahr vorsichtig und nächstes mal kauf gefälligst was wer soll ich ich drohe dir weiter warte warte auf mich der ist weg wisse ich bin hinter dir hey was geht lass so ein waffenhändler fahren kauf dir bitte ein halt es mal meine arme kleine meine arme kleine junge danke man sehr nett danke man ich muss meinen truck holen ist er jetzt ja ist er jetzt hier in der garage oder müssen wir den jetzt abholen wir müssen den wahrscheinlich abholen wahrscheinlich schön geparkt der ist kaputt der wagen das ist dein wagen nein ich hatte einen roten er hat mich schon gefragt red side man red side gehst du zur den garage ne ich geh zum markt wo ist die garage ich brauche essen ich bin arm ich habe kein geld ich muss erstmal geld kommen hab ich essen z ne ich brauche auch brauche ich eine spitzsacke brauche ich eine spitzsacke ne bei drogen brauchst du gar eine spitzsacke man äh voodoo lego hey man ich will jetzt nur diese weed typen haben kack auf ah beim polizei hauptquartier gibt es auch einen dinger ätter ja was laufe ich eigentlich verfolg dich einfach das ist ein fehler kack auf kack auf drogen hm ich will jetzt rache ja aber wie wie willst du die finden ich suche sie ich weiß wo die waren vielleicht ist es den hier gut mhm eins zwei drei vier fünf mhm so wie bei uns die todeskreuzung mhm so oder der checkpoint die haben ja schon auf die map geschrieben gehabt dass wir da chillen hm 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 ja so hier ist die leere bank äh hä 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 ich hätte sogar die bank wurde ausgeh haupt ah ne die ist hier da sind voll viele polizisten lol pass auf die haben nicht gerufen was hallo was ist hier los hallo polizei was ist nicht hier los und was ist los nein ist nicht meine habe ich aber auch schon bemerkt dass wir dann noch wiedersehen äh tschüss schönen tag noch ich bin schneller hä wegen dem wagen oder was hörst du mich wieder nicht ich ja ne jetzt höre ich dich hier bist du ein wenig wagen und du hast mikrofon gewechselt habe ich nicht doch hast jetzt habe ich jetzt hast du wieder gewerkt aber positiv gewerkt jetzt nicht mehr ah ja ja Alter warum laufen die mit waffen mit gezogenen waffen ich habe fast wieder verkauft so kaufen wir das mal wieder ein paar ah mein transport ist da ich fahre mit meinem ding dorthin mit meinem quad alles klar wohin zum waffen typen mit dem transporter also mit dem quad ja ok mit transporter und quad ich könnte auch mit transporter ihr könnt auch nur mit transporter weil ich sei auf der route von unserem ja aber in 18 minuten ist die sgt tour wir waren da schon mit ja ich weiß und ich will diese kack typen da ich will die halt richtig fett ich will keine geistennahme ich will einfach nur hinrichtung oh shit das können wir in echt machen das mach ich mir egal ja gut ich komm ich komm mit warte kurz ja davor nehme ich noch all ihre sachen warte warte nehm ich mit so wirst du aber die sgt tour in 18 minuten müsst ihr schon mit machen ja ich weiß ich muss mich ja darum auch beeilen dann wollte ich jetzt alleine gehen hä das dauert aber länger als 18 minuten what the fuck dorthin und wieder zurück achso ich dachte du meinst die zu entführen achso die die sehen wir ja nicht ich hab keinen ruckzack wo ist mein ruckzack ne der verschwindet verschwindet genau tust den dann in baggage oder so wir brauchen auch noch Westen wichtige Helme ja die waren schon Rebellen die hatten sogar extra so auf den ihr Ding Rebellen drauf echt nach dem Ausweis ist jetzt Zeit auch Rebellen zu werden meine Server restart eine Stunde ja komm bleiben wir uns schnell nein nein alter ich hab 39 das sind die das sind die die mich ausgeraubt haben wo ich tot war echt die müssen die auch wie hießen die keine ahnung als ob ich das weiß den Wagen merken da waren so zwei ein Hubschrauber und ein Auto die so angehalten haben die haben mir so Kackrucksack gegeben aber Kackrucksack du hattest schon den Kackrucksack dummste scheiße der ist klein man meiner hat irgendwie 145 Platz oder so eifersüchtig wenn meine Kleiner ist ja kompakter kompakter genau wo ist eigentlich der nähere Tour hinter einem Arschloch hinter dem Hauptquartier dort wo wir gelandet sind bitte benutzt Schiff warum fahren wir eigentlich nicht mit deinem Auto ich drück Schiff warum fahren wir nicht mit deinem Auto der ist irgendwie weg oder nicht in meiner Garage ach so weil du den nicht eingeparkt hast ja stimmt der ist ja immer auch dort ich hatte den auch nicht eingeparkt aber bei mir war der da gleich hat ihm jemand den weggetan weil er das scheiß geparkte und keine Kennzeichen hat ja ich konnte wie viele Minuten ist das jetzt 15 ich habe ja noch Zeit ja Reed ging in die Lobby was ist die Lobby das ist das wo man verlässt oder geht oder kommt halt ja der ist disconnected ja der ja das ist Justin Miller Teddy Crank ja never forget okay gut ich bin gespannt wie das sich alles noch entwickelt man das wird rachig sehr fehlach ich werde die nicht nur einmal ne schon öfter bestimmt machen die das dann so 15 mal bei mir das Ding ist halt du musst die erstmal finden fast schon ich lock dich her lol wir können einen Peilsender an den dem Auto anbringen gehst Peilsender ja du bist mein Mann wir müssen das machen ich versuche mit denen in der Safezone oder so zu sprechen ja so ja ich habe alles vergessen es passiert jetzt kann es auch voll verstehen denn das was zu Peilsender nicht weil die werden die mal so fahren oder so nö nicht fahren werden die beim Verarbeiter sind das wäre richtig cool warum halte ich hier beim Punkt ich wollte genau beim Punkt zum Punkt was mache ich ich weiß es nicht kannst du jetzt fahren ja so ja gut Leute dann bis zur SGD Tour in 13 Minuten ciao kann man euch irgendwie helfen guten Tag ja wir sind hier wegen der Besichtigung wir warten jetzt ein bisschen hier 10 Minuten können wir ja noch warten oder ja die Besichtigung ist erst um 23 Uhr ja die ist ja in 10 Minuten dann oder bitte das sind dann ja 10 Minuten ne ja ja und wir dachten wir warten hier einfach 10 Minuten mein Kollege ist eh gerade ein wenig weg hallo wahrscheinlich im Kopf drinne ja in seiner Traumwelt da ist er wieder da ist er wieder ich schlafe immer was rein aber leider nicht hier sondern vorne am Haupteingang ich würde euch bitten euch rumzufahren und euch mal rumzufahren alles klar okay stehe doch nochmal auf der Karte ciao danke Die sind cool, die Typen, man. Ja, Leute, die haben es fett markiert. Erstmal meinen leckeren. Ja, wie cool das ist, dass sie einfach von der Dinger von der Serverleitung akzeptiert werden und ihr eigenes Hauptquartier bekommen. Schau, cool. Ja. Wir müssen natürlich ganz regelkonform fahren. So. Hast du dir wieder was zu essen geholt? Aus der Toilette? So, wo ist der Parkplatz jetzt? Guten Tag. Guten Tag. Wo ist denn der Parkplatz? Bitte mir einmal folgen. Ja. Hier, neben dem Kran. Direkt hier wo. Hier bitte parken. Ah, das geht so auch. Genau. Perfekt. Gut. Vergessen Sie nicht abzuschließen. Ja, schließ ab. Guten Tag. Achso. Ähm, Sie sind ein bisschen früh. Ruffin, Rucksack. Ja, wir schauen uns jetzt noch mal die Docks an und dann... Was habe ich hier gerade gemacht? Schauen Sie sich noch die Docks an und in acht Minuten geht es dann los. Okay? Jo. Jo, bis gleich. Okay. Okay. Gleich. Gleich. Schau dir mal die ganzen Fahrzeuge einmal. Wie cool. Nein. Hier. Okay. Ich sitze jetzt hier und lass mal kacken. Milchreiß. Geil, wie ich sitze. Ja, ja. Ich gehe jetzt hier hoch, Alter. Ich gehe jetzt hier hoch. Dann gebe ich mir die Aussicht. Blaulicht. Übertreibt man die Lage, dann geht es ins Auge. Der Song ist hier über dich. Du bist der Stuttgarter. Jeder kannte dich damals. Ja. Die haben sich richtig viel verzogen, um dich gemacht. Jeder kannte mich so vom Sehen, aber so persönlich kannte mich eigentlich so gut wie niemand. Ja, mal gemerkt, was du so tust. Oh, der Rothaarige, den kenne ich. Oh, der Rothaarige, den kenne ich so arg. Ja. Nimmst du auf? Spoiler dich. Nimmst du auf? Ja. Jetzt musst du rausschneiden. Ich werde das vergessen, Mann. Du musst rausschneiden. Schreib es dir auf deine Hand. Mann. Du bist behindert. Aber du musst die Mühe geben bei deinem Video. Ja, ich weiß, aber ich werde das vergessen. Ja, schreib es dir auf. So, ich chill jetzt hier auf dem Kran. Kack, Joghurt, ich hab ne Kack. Ich sonne mich hier. Ich muss das jetzt rauslecken. Schön. Schreib es dir auf. Ich lecke nichts raus. Ich rechne hier meine mathematischen Richtungen. Ich wäre fast runtergefallen. Ich wäre fast... Alter, alter, wie knapp das ist. Gut. So, also Leute, bis gleich. Tschüss. hoop ich schreib das. Ich hab das Wort durch.